Dieser Film erklärt Ihnen die Persönlichkeits- und Urheberrechte. Urheberrechte sind Rechte, die jeder Mensch hat. Zum Beispiel, wenn man ein Bild malt oder ein Foto macht und es einem Freund schickt, darf ich bestimmen, ob er es weiter verschicken darf. Man darf nicht einen Steckbrief von einem anderen Menschen oder einer Person ins Internet stellen oder verschicken. Ich kann meine und andere Rechte schützen, indem ich Stopp sage, wenn ich es nicht möchte. Ich mache kein Foto von anderen, wenn sie es nicht möchten und verbreite diese nicht.